das ist hier so und wenn ich wenn ich da jetzt so ein teil da haben wir es halt wieder ist aber wobei warte warte was wäre denn wenn ich ich das daran setze wieso ach ja es fehlt beton dann gehe ich mal kurz los und hol die scheiße ist hier gerade zufällig ein zog natürlich nicht aber der holt mich bestimmt gleich ein ich glaube hier war irgendwo beton ja da oder so hier unten ist auf jeden fall stein und die gegner sind nicht neu gespawnt bis jetzt okay was wandert hier so rein ah ja stahlbeton für stahlbeton braucht man beton und der ist hier das problem an der geschichte ist er wird sofort verbraucht das heißt ich brauche eine andere betonquelle was ich hier alles gebaut habe so krass ist kein wunder dass ich nicht vorankomme ich versuche aber ordnung reinzubringen das ist ja ziel dieses ganzen kram ist hier ist vielleicht auch ganz vielleicht auch ganz gut dass ich eine weile nicht nicht online war jetzt kann ich das in neuen augen sehen jetzt möchte ich mal wissen ob man mit den dingern mittlerweile was anfangen kann immer noch in arbeit ja ich weiß aber bringt mir nichts wenn das noch nicht zu ende erforscht ist also noch nicht im spiel richtig also lass ich es einfach stehen also wo könnte ich was ist das hier eigentlich das war glaube ich mein erster bahnhofsversuch kann das sein ja das war so und ich habe hier glaube ich auch rum experimentiert ich weiß jetzt nicht genau oh wow elf beton geil ich weiß gerade nicht genau was ich da eigentlich veranstaltet habe aber wir werden sehen ach genau hier ist ja mein hier ist ja mein hauptlager das dürfte ja eigentlich also mein mein erstes das dürfte eigentlich auch schon gut voll sein hier oh oder auch nicht ok 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 so wenig beton warum naja was solls also was brauche ich jetzt alles um so ein fundament zu bauen platten davon habe ich wirklich genug und beton und für den scheiß brauche ich auch nur platten ok dann mache ich doch mal den rest des inventars noch mit platten voll ähm ach guck mal hier wir haben hier etwas abgetrennt warum weiß ich nicht mehr es war bestimmt ein versehen das heißt ich verbinde es mal wieder denn wir wollen ah das ist wahrscheinlich auch der uch das ist wahrscheinlich auch der grund warum der zug gerade nur mit einer sache ankommt statt mit zweien und der rest da der kommt quasi auch noch das muss ich nur am am bahnhof nach rüsten ok gut zu wissen schon mal so aber dass das erklärt auch warum das alles so leer ist aber beton ist da gar nicht bei ja ich wollte platten haben danke schön gut wo ist der train 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 Destination is the word I searched for. Kann ich mir nämlich dieses ganze Gelatsche sparen? Ja, Klöder, da muss ich vielleicht mal die Bahn ein bisschen höher setzen. Also die, für die Waren, das Förderband höher. Damit der Zug da nicht immer durchknallt. Genau, ich wollte glaube ich auch nur, ich habe sogar eine Weihnachtsmutze auf. Ich wollte glaube ich auch nur erreichen, dass der Zug erstmal fährt, weil er nicht gefahren ist. Weil immer irgendwo ein Fehler war. Deswegen wollte ich glaube ich erstmal rausfinden, woran das liegt. Und dann den Rest machen. Das bedeutet halt Aber auch, dass dieses Teil hier Eventuell vollkommen falsch platziert ist. Denn wenn ich noch so ein Bahnhofsdingens So eine Beladungsstation ist es glaube ich Wo könnte das sein? Hier? Nein Hier? Dein Maul Logistics Produktion Organisation Hä? Ach, Transport natürlich Also, Frachtplattform Frachtplattform für Flüssigkeiten Das suche ich nicht Okay, aber Das ist jetzt gerade das Problem Mir fehlt ein bisschen Draht und ein paar stabile paar stabile Geschichten Und ich habe leider keinen hier rumstehen, den ich abbauen könnte Ähm Okay Was ist Was ist ein Highspeed Anschluss? Weiß ich nicht Ich möchte Diese Liste wegknallen Und stattdessen Das da rein machen Dann sehe ich nämlich was mir noch fehlt Warte ich jetzt da drauf, dass der Zug nochmal hier ankommt Und